Das ist der südwestlichste Punkt Europas, nicht nur ein Papiersorto, sondern auch der südwestlichste Punkt. Wir wollten da, das sagt der Neu, es war einfach nur heiß, die Jungs, Frau oder Hüse, irgendwo. Und dann sind wir einfach so weit weg, das war das, und das war ganz toll, noch der Verein und der Südwesten. Das ist die Neu, das ist die Neu, das ist die Neu, das ist die Neu. 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 Vielen Dank.